Johann Heinrich Lambert, 25. September 1777 in Berlin, war ein schweizerisch-elsässischer Mathematiker, Logiker, Physiker und Philosoph der Aufklärung, der unter anderem die Irrationalität der Zalpi bewies, Leben. Lambert entstammte einer verarmten hugenotischen Flüchtlingsfamilie, die sich im damals zur schweizerischen Eidgenossenschaft gehörigen Müllhausen im Elsass niedergelassen hatte, sein Vater war Schneider. Trotz auffallend guter Leistungen musste der Sohn bereits als Zwölfjähriger die Stadtschule verlassen und als Gehilfe des Vaters tätig werden. Er bildete sich aber selbst weiter mit Hilfe aller für ihn erreichbaren Bücher. Später arbeitete er als Buchhalter. Danach ab 1746 als Privatsekretär bei Isaac Iselin in Basel und zwei Jahre später als Hauslehrer beim Reichsgrafen Peter von Salis in Chur. Mit dessen Kindern unternahm er zwischen 1756 und 1758 mehrere Bildungsreisen. Und er wurde Mitglied der Schweizerischen Societe Scientific in Basel erfolgen seine ersten Veröffentlichungen. Im Rahmen der Grand Tour mit seinen Schülern besuchte er Göttingen, wo er Mitglied der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften wurde. Wich vor dem Siebenjährigen Krieg nach Utrecht und den Niederlanden aus, wo er mit seinen Schülern zwei Jahre blieb und er sein erstes Buch 1758 in Den Haag drucken ließ und Paris, wo er Jean-Baptiste Leronde de Lambert traf. 1758 war Lambert wohnhaft in Augsburg und trat dem Kreis der Gründungsmitglieder der Kurfürstlichen Akademie der Wissenschaften, der späteren Bayerischen Akademie der Wissenschaften hinzu, in deren philosophischer Klasse er 1759 auswärtiges Mitglied wurde. Er unternahm optische Experimente und ließ in Augsburg zwei Bücher drucken. Pläne auf eine Professur in Göttingen zerschlugen sich. 1764 wurde er auf Vorschlag von Leonhard Euler zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin ernannt und erhielt eine gut dotierte Stelle als Oberbaurat. Anfangs gab es Schwierigkeiten mit Friedrich dem Großen wegen des exzentrischen Auftretens von Lambert, die sich aber legten. Als Friedrich dessen wissenschaftliche Bedeutung erkannte, In Berlin kam es zur Eintrübung des Verhältnisses zu Euler über Fragen der Finanzierung der Akademie. Euler ging 1766 nach St. Petersburg. Lambert veröffentlichte bis zu seinem frühen Tod mit nur 49 Jahren 150 Abhandlungen in den Mitteilungen der Preußischen Akademie. Schriften Die freie Perspektive oder Anweisung jeden perspektivischen Aufriss von freien Stücken und ohne Grundriss zu verfertigen. Fotometria sieve de menschuri gratibus luminis colorum e umbra. Insigniores orbite cometarum popritatis. Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaus. Digitalizei und Volltext im deutschen Textarchiv Digitalizei. Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrtum und Schein. Digitalizei und Volltext im deutschen Textarchiv BD. 1. Digitalizei und Volltext im deutschen Textarchiv BD. Beiträge zum Gebrauche der Mathematik und deren Anwendung. 3. Bände. Anmerkungen über die Gewalt des Schießpulvers und den Widerstand der Luft. Digitalizei. Zusätze zu den logarithmischen und trigonometrischen Tabellen. Zur Erleichterung und Abkürzung der bei Anwendung der Mathematik vorfallenden Berechnungen. Anlage zur Architektonik oder Theorie des Einfachen und Ersten in der Philosophischen und Mathematischen Erkenntnis. Zwei Bände. Digitalizei und Volltext im deutschen Textarchiv BD. 1. Digitalizei und Volltext im deutschen Textarchiv BD. Beschreibung einer mit kalauischem Wachse ausgemalten Farben Pyramide, wo die Mischung jeder Farbe aus Weiß und drei Grundfarben angeordnet. Dargelegt und derselben Berechnung und vielfacher Gebrauch gewiesen wird. Pyrometrie oder vom Maße des Feuers und der Wärme. Deutscher Gelehrter Briefwechsel HSG von J.O.H. 3 Bernoulli 5 Bände Logische und Philosophische Abhandlungen HSG von J.O.H. Bernoulli 2 Bände Philosophische Schriften 10 BDE in 13 BDN Begonnen von Hans-Werner Arndt Fortgeführt von Lothar Kreimendal Hildesheim Georg Olms 1965-2008 Primärtexte Texte zur Systematologie und zur Theorie der wissenschaftlichen Erkenntnis HSG V. GeoSigwart